Weltweit kommt es aktuell zu Ausfällen in der IT-Infrastruktur und das, nicht bei euch zu Hause, sondern noch viel schlimmer, bei den Diensten, die ihr verwendet. Sowas wie Flughäfen, sowas wie aber auch Krankenhäuser, gerade in Deutschland und natürlich Ämter sowieso, sind alle von betroffen. Und zwar wegen einem fehlerhaften Update von CrowdStrike für Windows. Nicht für Linux und nicht für Mac, deswegen sind nicht alle von betroffen, aber für Windows. Und ich möchte heute mit einem ein bisschen entschlackteren Format, damit wir schneller durchkommen, da das Ganze euch präsentieren. Das BSI hat hier relativ direkt eine Warnung rausgegeben heute Vormittag, da war das schon ungefähr so ein paar Stunden alt. Das hier war der erste Post, den man dazu finden konnte und zwar ein Blue Screen of Death im letzten CrowdStrike Update, das eben um ungefähr vor 8 Stunden, also ungefähr heute Morgen am Freitag um 8 Uhr veröffentlicht wurde. Freitag, ne, überlegt euch das mal. Die ganzen IT-Leute denken sich so, oh mein Gott, ich muss jetzt am Wochenende arbeiten. Nicht geil. Betroffen ist im Endeffekt alles weltweit. Und grundsätzlich ist das System oder die Software CrowdStrike Falcon, die hier dieses fehlerhafte Update bekommen hat, auch weltweit sehr, sehr verbreitet. Im Endeffekt bei Falcon handelt es sich um einen Schutz gegen Hacker für andere Systeme. Also man benutzt zum Beispiel ein Windows oder ein Linux und hat dann eben ein Falcon, der da drin hockt und verhindert, dass ein Hacker reinkommt. Ganz, ganz vereinfacht gesagt, da gehen wir jetzt nicht ins Detail und ja, genau dafür für Windows gab es ein Update, was die Systeme abschmieren lassen hat. Also wirklich im laufenden Betrieb, wie hier ein User schreibt, seine Frau hat das Ding benutzt, ein Windows-System und das hat direkt einen Blue Screen bekommen, ist abgestürzt und das ist selten. Das ist so eigentlich fast noch nie vorgekommen, aber klar, die Software aktualisiert sich im laufenden Betrieb und naja, kann dann natürlich auch abstürzen. Das führt zu solchen drastischen Bildern. Das hier ist ein Flughafen und wenn ihr mal nach da hinten guckt, man sieht es noch nicht so richtig, gleich sieht man sehr, sehr schön, all diese Dinger hier hinten dran, das sind alles PCs. Und wenn wir hier mal ganz kurz Pause machen, ihr seht diesen traurigen Smiley, das ist ein Blue Screen. Vielleicht hattet ihr schon mal selber einen, die Gamer kennen den wahrscheinlich, früher sah der noch ein bisschen anders aus. Aber ja, so sieht das aus und hier ist wirklich alles ausgefallen. Das ist nur einer von sehr, sehr vielen Flughäfen, die eben auf Windows setzen. Teilweise sind das gerade bei uns nur die Airlines, das heißt wirklich nur Eurowings, zum Beispiel im Lufthansa hat zum Beispiel gemeint, dass es einigermaßen problemfrei weiterläuft alles. Aber trotzdem muss sehr, sehr viel aktuell von Hand gemacht werden und ihr habt wahrscheinlich Zeit, am Flughafen dieses Video zu sehen, warum ihr gerade warten müsst. Oh, und an der Stelle nochmal ganz kurz ein Shoutout. Wenn euch News interessieren, dann schaut definitiv bei meinem Newsletter vorbei. Da gibt es tatsächlich News, ich habe sie IT-Trends früher hier auf dem Kanal genannt, aber das Format ist einfach nicht für YouTube geeignet. Deswegen sind die jetzt im Newsletter drin, den ihr einmal pro Woche in eure E-Mail-Box bekommt. Plus ihr verpasst nie wieder Videos von mir, auch wenn ihr sie einfach dann auch einmal pro Woche bekommt. Ich schicke das nicht jeden Tag raus. Und falls ihr noch mehr Bock habt, der QR-Code hier unten führt euch zu Instagram. Dort teile ich immer mal wieder Umfragen, Themenvorschläge, Abstimmung und so weiter und so fort und zeige auch mal ein paar private Sachen. Ich habe zum Beispiel mich gestern mal wieder darüber ausgelassen, was Microsoft wieder getan hat, aber das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr dort vorbeischaut. Also ja, macht das. Aber es betrifft eben auch nicht nur Flughäfen oder Airlines, sondern Banken und auch sowas wie Medienkanzleien. Hier schreibt jemand, dass Sky News heute nicht broadcasten konnte, weil sie halt keine Rechner hatten. Bei denen ist alles ausgefallen. Und wie gesagt, das ist global gewesen. Hier will ich einmal ganz kurz auf ein Video aufmerksam machen, was mir jemand geschickt hatte. Und zwar dieses Video hier. Hier geht es um den Los Angeles Airport und ihr werdet das wahrscheinlich gerade auf TikTok oder anderen Medien, werdet ihr das finden. Hier seht ihr zum Beispiel diese Blue Screens, die immer mal wieder gezeigt werden. Hier seht ihr eine Boot-Schleife. Ich zeige es nochmal. Und hier seht ihr den Recovery-Modus. Man sieht es nur ganz, ganz schlecht. Hier steht Recovery. Beim anderen hat man gerade gesehen, wie sich das System neu gestartet hat. Das Ding hier. Im Endeffekt bedeutet das, die Systeme fallen aus, also bekommen ein Blue Screen. Dann versucht man sie oder versuchen sie sich selber neu zu starten. Sie sind ja kritisch. Anschließend kommt dieser Blue Screen allerdings wieder und das System stürzt wieder ab und man kommt in den Recovery-Modus. Und das alles wurde ein bisschen falsch verbreitet, beziehungsweise wird gerade ein bisschen falsch verbreitet. Deswegen will ich hier auch das Video machen. Und zwar, es stimmt überhaupt nicht, dass der Flughafen gehackt wurde. Es war wirklich alles nur ein falsches Update, ein kaputtes Update. Dazu kommen wir gleich noch ganz kurz zu den technischen Details. Also nicht allzu technisch. Ich weiß, wir sind auf dem Channel, wo wir das nicht so im Detail machen. Vor allem weiß ich nicht genau so viel. Aber hier auch mal ein Beispiel vom Flughafen in Amsterdam. Da hat man auch im Endeffekt keine Möglichkeit mehr, weil hier alles auch über Windows läuft. In Israel zum Beispiel ist die Zentralbank betroffen gewesen, weil die auch CrowdStrike und Windows verwendet. Und in Singapur, das ist der meistbesuchteste Airport der ganzen Welt, Flughafen meine ich natürlich, der ganzen Welt, ist wohl auch nichts mehr wirklich mit der IT möglich. Alles muss manuell gemacht werden. Was natürlich sehr, sehr problematisch ist. In Düsseldorf hingegen, also Deutschland, wo wir eigentlich damit rechnen, dass wir sehr, sehr viel Windows verwenden. Hier wird noch, ne, bei Eurowings, wie gesagt, ist ein bisschen problematisch. Aber viele Prozesse laufen noch und andere Prozesse werden einfach von der Hand, also einfach von Hand gemacht. Berlin, dasselbe Spiel. Und wir wissen auch übrigens, die deutschen Behörden laufen auch alle auf Microsoft. Das heißt, die werden heute auch nicht arbeiten können. Was ich aber am schlimmsten von allen finde, ist tatsächlich eine von vielen wahrscheinlich, die Universitätsklinik in Schleswig-Holstein. Die arbeitet wohl auch mit Microsoft. Und das bedeutet, die Uniklinik, also eine Klinik, fällt aus. Und in dem Fall bedeutet das, dass alle Operationen, die man irgendwie verschieben kann, von heute, also von Freitag, verschoben werden müssen. Das heißt, es kann nicht operiert werden, außer wenn es gar nicht anders geht. Und alle, die heute operiert werden müssen, haben da natürlich potenziell ein Problem, weil weniger IT-Support ist. Also im Endeffekt gar kein IT-Support. Im Endeffekt ist das hier aber auch ein Post, der sehr, sehr gut alles zusammenfasst, was es so gibt. England, Health Booking System ist offline. In L.A., der Flughafen und so weiter und so fort. Ich gehe hier mal ganz kurz drüber, damit ihr das auch angucken könnt, falls ihr betroffen seid, beziehungsweise falls ihr da irgendwas habt. Und euch das kurz angucken könnt. Also wirklich weltweit kann man sagen, ist alles irgendwo betroffen. Unter anderem übrigens auch natürlich die deutschen Banken, die auch auf Windows gesetzt haben. So, das Besondere ist, dass es tatsächlich schon einen Fix gibt. Und den will ich mal ganz kurz mit euch durchgehen. Denn es war nicht nur ein Fehler von CrowdStrike. Auch das wird immer mal wieder behauptet. Sondern es gibt wohl, also es gab ein fehlerhaftes Software-Update bei CrowdStrike Falcon. Das ist wie gesagt die Software, von der wir es jetzt die ganze Zeit hatten. Aber gleichzeitig hat wohl auch Microsoft kommuniziert, dass Azure einen Konfigurationsfehler gefunden hat, der ebenfalls weltweit zu Ausfällen führen kann. Und Azure ist die Cloud von Microsoft. Das bedeutet, wenn meine Sachen nicht bei mir laufen, nicht auf meinen eigenen Servern laufen, was meistens der Fall ist, dann laufen sie zum Beispiel bei Amazon, bei Google oder für die deutschen Systeme. Am allermeisten verbreitet ist Microsoft, die Microsoft Cloud. Und wenn Azure dann ein Problem damit hat, dann ist im Endeffekt kaum mehr irgendwas funktionabel davon. Man muss dann also seine ganzen Systeme neu konfigurieren. Das grundlegende Problem will ich euch mal ganz kurz hier dran erklären. Und zwar, wenn ihr, sagen wir mal CrowdStrike Falcon auf euren Windows-Rechner installiert, dann macht ihr CrowdStrike normalerweise nicht in den User-Modus. Im User-Modus sind Sachen, die ihr ausführt. Zum Beispiel euer Browser, wenn ihr eine Datei hin und her kopiert. Oder auch sowas wie Games. Die landen alle im User-Modus. Da haben sie beschränkte Rechte. Sie dürfen zum Beispiel zwar eure Kamera anzapfen, aber nur, wenn ihr die Erlaubnis gebt. Sie dürfen zum Beispiel Dateien hin und her schieben, aber auch nur, wenn ihr sagt, ja, ist in Ordnung. Und sie dürfen euch Sachen auf dem Bildschirm anzeigen. Dazu müssen sie nicht mal nachfragen. Der Kernel-Mode hingegen, der ist dazu da, dass wirklich alles da drin läuft, was richtig viele Rechte braucht. Also alles das, was administrativ ist. Das, was man am Ende eigentlich als User nicht unbedingt braucht, sondern nur als Administrator. Da läuft dann sowas wie euer Treiber zum Beispiel, läuft da drin. Wenn ihr den installiert von der Grafikkarte. oder auch manche Anti-Cheat-Systeme oder eben auch Sicherheitssoftware. Euer Anti-Viren-Programm läuft da auch drin. Und eben auch CrowdStrike Falcon. Und der Grund ist relativ einfach. Nehmen wir an, ihr bekommt eine Malware geschickt, einen Virus geschickt per E-Mail. Führt den aus, dann läuft der ja erstmal, weil ihr den ausgeführt habt, im User-Modus. Das heißt, er hat sehr, sehr wenig Rechte. Wenn jetzt allerdings CrowdStrike oder irgendeine Virenschutz-Software im User-Modus läuft, dann habt ihr ja grundsätzlich dieselben Rechte bei beiden. Das heißt, CrowdStrike kann die Malware nicht blocken, nicht stoppen, weil sie ja dieselben Rechte hat. Während wenn CrowdStrike im Kernel-Modus läuft, sprich da, wo sie alle Rechte hat, dann kann die mit der Malware machen, was sie möchte. Also CrowdStrike kann dann die Malware löschen, kann sie blockieren, kann die Ausführung verhindern, kann Änderungen zum Beispiel rückgängig machen oder mitschreiben und so weiter und so fort. Deswegen braucht das immer mehr Rechte. Wenn jetzt allerdings etwas sich startet mit sehr vielen Rechten und das geht dann kaputt, wie das bei CrowdStrike Falcon passiert ist, dann kann es natürlich auch sein, dass sich Windows gar nicht mehr startet und nichts mehr läuft. Das ist im Endeffekt ein Sicherheitsmechanismus, wenn man so möchte. Denn dann verhindert man auch automatisch, dass ein Windows oder ein System generell sich starten kann ohne die Schutzsoftware. Also man kann dann einfach das Betriebssystem nicht mehr starten, ohne dass eben die Schutzsoftware mitgestartet wird. Und hier kommen wir einmal ganz kurz zu den ein bisschen technischeren Details und zwar vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI. Das hat nämlich auch hier ein Update gegeben und zwar für CrowdStrike Falcon. Mit der Bedrohungslage 3 Orange. Das bedeutet, die IT-Bedrohungslage ist geschäftskritisch. Massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs, was tatsächlich offensichtlich so ist. Das haben wir gesehen. Es ist aber nicht extrem kritisch. Nicht viele Dienste fallen aus und der Regelbetrieb kann trotzdem aufrechterhalten werden, wenn man das Update einspielt. Ähm, und ich glaube, das ist genau das große Problem hierbei. Genau. Im Endeffekt handelt es sich bei dem Update um ein kaputtes Channel-Update, beziehungsweise eine kaputte Channel-Datei. Und die wiederum ist einfach dafür verantwortlich, dass alles abstürzt. Diese Channel-Dateien sind keine richtigen großen Updates, sondern damit verteilt CrowdStrike dynamische Updates und Erkennungsregeln, also das, was quasi uns sagt, das Ding da ist ein Virus und das ist okay. Das ist in solchen Channel-Dateien drin. Und da war eben eine einfach kaputt. Weil diese Channel-Datei aber auch nur von Windows falsch interpretiert wurde oder von der Version für Windows von CrowdStrike falsch interpretiert wurde, sind natürlich auch keine Linux- oder macOS-Systeme betroffen. Und weil ihr als normale Menschen einfach kein CrowdStrike installiert habt, weil das eine Enterprise-Software ist, habt ihr auch nichts zu befürchten, dass bei euch was ausfällt. Wie gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr zum Beispiel nicht zocken könnt oder dass ihr Probleme mit irgendeiner anderen IT-Infrastruktur habt, zum Beispiel auch mit der Stromversorgung im schlimmsten Fall. Aber eure eigenen Rechner, die sollten an sich in Ordnung sein, I guess. Und damit kommen wir ganz kurz zu dem Fix. Wie wir wissen, die Systeme starten sich nicht mehr richtig. Deswegen kann man sie nur im sicheren Modus oder im abgesicherten Modus starten. Das sollte manchmal gehen. Und dann löscht man einfach eine Datei und gut ist. Das Problem sind hier allerdings die Systeme, die mit BitLocker geschützt sind. Denn BitLocker ist eine Verschlüsselungssoftware für Windows. Damit ist es dann nicht mehr möglich, das zu lesen, was auf der Festplatte drauf ist. Und wenn ich nicht lesen kann, was auf der Festplatte drauf ist, kann ich offensichtlich auch keine Dateien löschen. Und somit halt auch nicht die kaputte Channel-Datei. Deswegen braucht man, wenn man BitLocker hat, was hoffentlich die meisten haben, die Cross-Strike Falcon benutzen, dann braucht man einen Recovery Key. Und den habt ihr hoffentlich nicht weggeschmissen. Und den habt ihr hoffentlich noch irgendwo rumliegen. So, für Server-Systeme bzw. Cloud-Systeme geht das genauso. Da kann man einfach die Festplatte in ein anderes Image dranhängen und dann auch die Datei hier löschen. Solltet ihr BitLocker nicht mehr haben und auch den Recovery Key nicht mehr haben, dann müsst ihr tatsächlich ein Rollback machen, was unangenehm ist. Weil dann werden Daten gelöscht. Das heißt, für euch gilt dann, dass ihr auch damit rechnen könnt, dass Sachen, die vor heute um 4.09 Uhr passiert sind, äh, nach 4.09 Uhr passiert sind, eventuell, dass das einfach nicht da ist. Es wird sich zeigen, bei wem das so ist. Es wird sich zeigen, bei wem das reibungslos funktioniert hat oder wer Windows benutzt hat und wer nicht. Denn das Lustige, und das schreiben sie hier unten quasi, ähm, wenn man den Recovery Key, also den, den man braucht, um das System zu starten für BitLocker, wenn man den halt auch auf einem Windows-Gerät drauf hat, weil dort alle Backups drauf sind, dann wird es schwierig. Weil, naja, ich kann in Windows-Systeme nicht reinkommen, ohne dass ich BitLocker deaktiviere. Und BitLocker kann ich nur mit dem Recovery Key deaktivieren. Und wenn der Recovery Key auf Windows ist und das sich nicht startet, dann wird es lustig. Also, es bleibt spannend, ähm, es wird ein sehr, sehr interessantes Wochenende für die IT. Ich glaube, die meisten Systeme, die ich jetzt im Moment benutze, sind nicht mehr betroffen, ähm, aber ich benutze auch nicht allzu viel. Ihr könnt zumindest YouTube gucken, das habe ich getestet. Und, naja, ansonsten geht irgendwas zocken, was ihr runtergeladen habt. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Alle wichtigen Infos sind unten verlinkt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.